So, da wären wir wieder. Unsere Helden haben sich jetzt zwei Tage in der Stadt rumgetrieben und die ein oder andere Heldin hat sogar etwas Geld verdient. Woher sie das hat, wollte sie zwar nicht sagen, aber wir können es uns schon denken. Genug prallgevollte Beutel liegen hier rum. Komischerweise für eine belagerte Stadt. Aber gut, wir haben ein paar neue Punkte auf der Karte, die Terek auch schon eingetragen hat. Zum einen haben wir endlich Dragan finden können. Der müsste hier irgendwo gewesen sein. Genau, da ist Dragan's Haus. Das haben wir uns schon markiert und wir haben den Schriftgelehrten gefunden, von dem ja schon mal die Rede war. Der könnte ja auch noch später wichtig werden. Der wäre hier, Vinsalter. Aber erstmal gehen wir jetzt zu Dragan's Haus. Da hinten. Wenn er denn noch da ist. Wir haben ja lange genug gebraucht, um ihn zu finden. Also, was gibt's? Wir suchen einen Weg nach draußen. Der Reisende hat nicht gerade alle Annehmlichkeiten des Lebens auf seiner Seite, oder? Ich wüsste so einiges, was euch weiterhelfen könnte. Aber da müsstet ihr mir schon eine kleine Gefälligkeit erweisen. Nee, das war abzusehen. Ähm, ja. Bringt mir den Vinsalter hinne hierher. Er muss mir etwas übersetzen. Der Alte wohnt in bunte Flucht, direkt am Ufer des Feldes. Ja, den haben wir gefunden. Sehr schön. Das scheint ja nicht weiter schwierig zu sein. Und dafür wird er uns den Weg nach draußen sagen. Also, zum Vinsalter. Der war bunte Flucht. Das ist im Osten. Ach, nein, ein Beutel. Ähm, die richtige Taktik war den Mann sofort bringen. Ja, er schnappt sich den Beutel und Roloft davon. Arjani hat da mit Gwennelin ihr ganzes Geld gemacht. An die 30 Dukaten müssen es jetzt schon gewesen sein. Immer nur diese Beutel aufheben und irgendwo verkaufen. Nein, nein, du kriegst nichts. So, äh, sind wir überhaupt noch in Aedal? Ja, sind wir. Da unten ist die Brücke. Osten, dadurch. Wolltet ihr etwas spenden? Ja, immer doch. Sonst gucken die uns bestimmt hier schräg an. So, und jetzt war er am Ufer. Müsste das Gebäude hier gewesen sein. Der Vinsalter. Ihr wollt, ob eures vergeblichen Klopfens schon gehen, als ein weißhaariger Mann bedächtigt die Tür öffnet. Ja? Äh, wollen wir jetzt erwähnen, dass Dragan uns schickt, oder wollen wir ihm sagen, dass wir was zu übersetzen haben und er soll mal mitkommen? Hm. Nee, wir sagen gleich direkt Dragan. Ha, und warum sollte ich wohl ausgerechnet zu Dragan gehen wollen? Äh, so viel zu der Entscheidung. Der Schurke kann mir gestohlen bleiben. Äh, es ist wichtig für uns. Das wird ihm recht egal sein, er kennt uns nicht. Also geben wir ihm mal 10 Dukaten, die wir eh nicht wirklich verdient haben. Für wen haltet ihr mich eigentlich? Mit einem lauten Knall fällt die Tür ins Schloss. Ihr habt den alten Mann wohl sehr verärgert. Vielleicht ist er ja morgen wieder besser, auf euch zu sprechen. Äh, also diese Stadt ist echt anstrengend. Aber na gut. Hm. Wir versuchen es einfach jetzt nochmal. Niemand reagiert auf euer Klopfen. Nun, müssen wir wirklich den ganzen Tag jetzt warten. Na gut. Und Herberge haben wir ja keine. Jedenfalls keine ordentliche finden können. Wir haben die meiste Zeit auf der Straße geschlafen. Wurden aber noch nicht aufgeknüpft von der Stadt gerade deswegen. Was schon mal eine gute Sache ist. Äh, ja, verpieseln wir uns einfach in irgendeine Ecke. Wo wir wahrscheinlich nicht so schnell gefunden werden. Hey, ihr da. Wenn ihr schon mal ein Bein nicht habt, könnt ihr doch wenigstens ein paar Silberstücke rausrücken, findet ihr nicht? Wollt ihr dem Krüppel etwas geben? Ja, na gut. Mögen die Götter es euch lohnen, edle Reisende. So. Wir verkriechen uns hier hinter den Brunnen. Und stellen Wache auf. Gvenlin, Kierugon, Tirek. Schlafen. Ja. 22 Stunden. Also wir werden nicht die ganze Zeit schlafen, sondern auch uns in der Gegend rumdrücken natürlich. Und so regenerieren wir aber auch ein wenig Lebensproblem. Punkt in der Astralenergie. Denn unsere Gruppe war schon fast am Verhungern. Ist halt alles recht knapp hier. So, und jetzt zurück zum Vinsalter. Dir droht großes Unheil. Ich fühle es genau, aber ich kann die davor beschützen. Letztes Mal haben wir ja Nein gesagt. Aber ein Vögler hat uns gezwischert, dass wir vielleicht doch welche davon kaufen sollten. Also machen wir das mal. Es gelingt euch noch, die Frau auf 8 Dukaten runterzuhandeln. Gvenlins Magieresistenz hat sie auf 8, 10 verändert. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ein blaues Amulett. Jetzt geben wir Magierugon. Ja, mal eben 5 Punkte Magieresistenz dazu. Die 8 Dukaten haben sich doch auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt wieder zum Vinsalter. Wer ist unser bester Redner? Ich denke, das ist Gwendlin. Bekehren, betören, feilschen, Gassenwissen, Lügen, Menschenkenntnis, Schätzen. Wahrscheinlich bekehren oder betören. Überzeugen gibt es ja nicht als Talent. Jedenfalls nicht hier im Spiel. Na gut. Im Notfall müssen wir in den Zartempel gehen und da ein wenig beten. Aber drücken wir mal die Daumen. Oder wir nehmen erstmal die zweite Option. Könnt ihr uns ein Schriftstück übersetzen? Nein, er weiß ja schon, dass Dragan uns schickt. Es ist wichtig für uns. Und wieso ist das wichtig für euch, wenn ich mal so fragen darf? Das geht euch gar nichts an. Ja, genau, mit einer patzigen Antwort kommt man immer weiter. Nein, wir erklären natürlich die mistliche Lage, in der wir sind. Also gut, euch zuliebe komme ich mit. Aber dass Dragan gleich klar ist, dass ich ihm keine Gefälligkeiten erweisen werde. Oh, das ist doch sehr sympathisch. Dass er uns einfach so hilft, quasi Fremden. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber wenn er schon 10 Dukaten ausschlägt, dann muss er schon ein recht korrekter Mensch sein. Gerade in solchen Zeiten. Aber gut, wir gehen wieder zurück zur Westmauer. Hier so rum. Und dann zu Dragan's Hütte. Auf dem ich mir wahrscheinlich schon wieder tierisch verlaufen habe. Mal gucken wir mal, wie nah ran habe ich es geschafft. Ach doch, ziemlich. Ah, da seid ihr ja wieder. Ich sehe, dass ihr euch wirklich viel Mühe gegebt habt. Also, eine Hand wäscht die andere. Was wollt ihr wissen? Wir wollen einen Weg nach draußen wissen. Fragt in Neu-Eyldal bei der schwarzen Jandora. Oh, aufschreiben. Schwarze Jandora in Neu-Eyldal. In Neu-Eyldal. Die hat da so gewisse Beziehungen. Mhm. Ich meine, es soll einen Geheimausgang aus der Stadt geben. Und Jandora kann in dieser Sache vielleicht was organisieren. Falls euch das Biest mit Forderungen kommt, erinnert sie daran, dass sie mir noch etwas schuldig ist. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Hatte denn noch andere Hinweise? Zum Beispiel über den Salamanderstein. Eine Gefälligkeit, eine Information. So läuft das nun mal. Aber wenn ihr mir noch einmal behilflich sein wollt, kann ich sicher in dieser Sache etwas für euch herausfinden. Über den Salamanderstein? Das klingt auch sehr vielversprechend. Und der letzte Auftrag war ja nicht so wirklich schlimm. Also sagen einfach mal Ja. Im Schauhaus neben dem Zartempel liegt eine Brosche von mir. Ein Erbstück, das mir die Stadt sozusagen gestohlen hat. Die Brosche hat die Form einer Esche. Brosche. Esche. Schauhaus. Bringt mir das gute Stück, dann werden wir weitersehen. Das klingt nicht sehr einfach. Die wird da einfach nicht so rumliegen, unbewacht und alles. Okay. Also das Schauhaus haben die Helden auf ihren Faden durch die Stadt gesehen. Das müsste hier oben gewesen sein. Ne, das war die Ordensburg, Magierschule. Ich sollte mir echt angewöhnen, die Sache immer in das Journal zu kopieren. Also hier ist der Zartempel. Da ist die bunte Flucht. Schauhaus der handwerklichen Künste. Also zur Brücke. Einmal rüber. Wieder was spenden. Ah, ruhig ein Silbertaler. Da ist der Zartempel und hier müsste das Schauhaus sein. Schauhaus der handwerklichen Künste. Die Tür des Gebäudes ist verschlossen, aber ihr werdet auf einen Aushang aufmerksam. Das Schauhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wollt ihr in das Gebäude einsteigen oder das Unternehmen abbrechen? Mitten am Tag sollte man da nicht einbrechen. Wir suchen uns erstmal eine ruhige Seitengasse. Hier zum Beispiel. Und stellen Wache auf. Damit werde ich von irgendwelchen Bettlern oder Countern ausgeraubt werden. Und schlafen dann mal 13 Stunden. So. Wir wollen da einbrechen. Können wir dann vielleicht ein Silenzium sprechen? Wer konnte denn am besten? Das sollten wir erst gucken. Sauberwerte. Na, was war das? Spurlos trittlos? Nein. Veränderung vielleicht. Mehr Zauber. Veränderung. Silenzium. 10 Punkte. Ja, sehr schön. Zauberung. 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 Talana. Veränderung. Silenzium. Silenzium. Oh, minus 5 war das. Ich habe auch mit Talana gezaubert. Nicht mit Jalen. Aber die Gruppe schleicht. Aber die Gruppe schleicht jetzt wie auf Katzenpfoten. Äh, das war ein sehr guter Würfelwurf. Der Leid gestärkt. Also, der Leid gestärkt. Brechen wir jetzt ein. In das Gebäude einsteigen. Ja. Geschickt und vor allem lautlos auf den Quendel in die Fenster lehnen. Sehr schön. Das Gebäude besteht fast nur aus einem einzelnen Raum. Da entstehen mehrere leere Sockel, die offensichtlich zur Ausstellung von Kunstwerken dienen sollen. Wollt ihr euch weiter umsehen oder abhauen? Wir wollen uns umsehen. In einem kleinen Raum neben der Halle führt eine Holztreppe nach oben. Ansonsten entdeckt ihr nichts bemerkenswertes. Wollt ihr euch weiter umsehen oder lieber abhauen? Die Option bringt uns nicht wirklich etwas. Wir müssen hier die Brosche finden. Wir gehen nach oben. Es gibt mehrere kleine Räume. Die durchsuchen wir. Im größten der Räume stehen mehrere Truhen, in denen die ehemaligen Ausstellungsstücke verstaut sind. Darunter befindet sich auch eine Brosche mit dem Bild einer Esche. Wollt ihr die Brosche nehmen oder den restlichen Krempel auch prüfen? Hmm. Hmm. Wir sollten nur die Brosche nehmen. Wir müssen hier möglichst schnell raus. Ihr nehmt die Brosche und seht zu, dass ihr wegkommt. Sehr gut. Und so schnell wie möglich vom Tatort weg. Egal wohin. So, wir sind jetzt in bunte Flucht. Also müssen wir nach Westen rüber. Oh, Sackgasse. So, schnell über die Brücke. Wir lassen auch, weil wir uns schuldig fühlen, ganzen Silbertaler da und laufen weiter Richtung Dragan. Es ist zwar ein wenig spät, aber da er ja doch ein recht schattenhafter Geselle ist, wird es ihn bestimmt nicht stören, wenn wir auch um diese Uhrzeit da noch antanzen. Vor allem, weil wir seine Beute dabei haben. Und ja, ich glaube Beute ist das richtige Wort. So, hier war das, oder? Ah, da seid ihr ja wieder. Ich sehe, dass ihr euch wirklich viel Mühe gegeben habt. Also, eine Hand wäscht die andere. Was wollt ihr wissen? Wir hätten gerne Informationen über den Salamanderstein. Habe von dieser Sache schon gehört. Wo der Namenlose seine Finger im Spiel hat, halte ich mich jedenfalls lieber raus. Ich will mir auch keinenfalls den Mund verbrennen, aber ihr solltet euch vielleicht mal im Orkentod umhören. Oh, ausschreiben. Dort ist die Clique von Gavron und Siebenquell. Gavron und Siebenquell des Öfteren zu finden. Und es sollte mich wundern, wenn die nicht mehr sagen können. Oh, das schreiben wir mal auf. Ich hoffe, das draufdrücken hat das jetzt aufgeschrieben. Weiterreden. Okay, also er ist ja wirklich super praktisch. Wir haben jetzt schon einen Weg nach draußen. Jedenfalls einen Ansatz dazu. Und zu dem Salamanderstein. Was könnten wir denn noch fragen? Waffen wären ganz praktisch. Oder irgendetwas über die Egelbronn zum Beispiel. Von der haben wir noch gar nichts gehört. Ja, fragen wir nach der Egelbronn. Vendaria kommt mir bei ihren Geschäften öfter in die Quere. Aber das ist ja wohl nicht euer Problem. Siebenquell. Ha, die liebliche Elfen-Natur, Aelian. Der hat wohl ein bisschen die Orientierung verloren, will meinen. Dass es nicht mehr so ganz klar ist, zu welchem Ufer es ihn zieht. Okay, nicht unbedingt wichtig, die Informationen. Ingrammarsch. Kenne ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr immer noch nicht genug? Ich schon. Also er will uns erstmal wohl nichts mehr sagen. Aber er hat uns ja schon mehr als genug geholfen. Da kann man echt nicht meckern. Das heißt, wir könnten uns jetzt im Orkentod umhören. Nach dem Salamanderstein. Oder die schwarze Yandara. Yandora aufsuchen. Ich bin dafür, wir gehen erstmal zu dem Orkentod. Denn was nützt es uns, wenn wir einen Weg raus haben. Und dann eventuell den Salamanderstein doch nicht bekommen. Oder die Hinweise dazu nicht mehr, weil wir nicht mehr in die Stadt zurückkommen. Gut, also Orkentod. Wo ist der Orkentod? Es gibt ja doch ein paar mehr Tavernen hier. Klongwallis. Weißes Haus. Bunte Flucht. Oh, ja, definitiv viele. Kleiner Fürst. Orkentod. Gut, da würden wir gerne hin. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. So, wir setzen uns an die Theke. Wir hätten gerne etwas dünnen Wein. Ja, wir würden gerne reden. Was kann ich für euch tun? Wir suchen sieben Quellen. Sehe ich so aus, als wäre ich ein Elfenfreund. Hm, okay. Gafron. Gafron sehe ich hier nicht. Na gut, dann wollen wir nicht weiter mit ihr reden. Sondern wir setzen uns an einen Tisch. Oh, vorher könnte Gwende noch ein wenig tanzen. Nee, kann sie nicht. An... Es ist keiner im Orkentod. Wir sind alleine hier. Äh, ja. Na gut, dann zahlen wir zwei Silberlinge für den verdünnten Wein und suchen uns einen Rastplatz. Hier ist doch mal eine schöne Ecke. Na gut, jetzt speichern wir erstmal ab. Neu. Ja. LP 036. Und wir sehen uns gleich wieder.